Liga, weil wir Auto denken. Liga, weil wir Auto denken. Liga, weil wir Auto denken. Heute Abend läuft alles unter dem Motto «Liga, weil wir Auto denken». Das ist ein Motto, wo wir uns ein bisschen Fahnen geschrieben haben. Wir sind mit Herzblut in diesem Thema unterwegs. Und wir möchten ihnen eine umfassende Dienstleistung rund ums Auto anbieten. Mein Name ist Marco Frey. Ich komme von Brunau. Ich mache Lehre als Automobilmechatroniker und bin im dritten Lehrjahr. Ich habe diverse Schnupperlehrungen gemacht, bei verschiedenen Garagen. Und in der Liga war einfach das Team wirklich gut. Und der Umgang mit den Arbeiter. Und ich wollte unbedingt einen Beruf machen, wo ich mich wirklich betätigen kann und wo ich dann auch schlussendlich eine gute Zukunft habe. Und dass man merkt, dass man wirklich etwas gelernt hat und den anderen helfen kann. sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger und anderweitigen Gäste und Funktionen der Automobil-Hochburg-Wil- sowie umliegenden Untertanengebieten. What happens in Silvester-Apero stays in Silvester-Apero. Ich sage, egal ob man ein Mercedes, ein Dörf oder Velofahrt, die ÖV benutzt oder zu Fuss geht, wichtig ist, dass man im Leben nie stehen bleibt. Liga, weil wir Auto denken. 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 Weil Auto entfernt, ein captures der Geib Sohr. Sänger und eigentlich mit esquerde Vach wie es anschließend istила. Vielen Dank.